Die muss man nochmal einsortiert bekommen. Okay, Lost Moments. Die geilst Momente und lustigste Momente aus 2021 in all den Streams. Und es wurde viel gestreamt. Ey, jetzt will ich auch gucken, wie viel gestreamt wurde. Einen Moment bitte. Streamingzeit. 2072 Stunden. Ist das viel? Das sind 86 Tage. Okay, das ist dann wieder sick. 86 Tage nur gestreamt. Oh, das ist geil. Geh mal rein. Ja, ihr könnt übrigens den Kanal auch abonnieren. Müssen wir noch ein Like da lassen. Lost Moments könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Da seht ihr die Dinger mal als erstes. Bisschen heiser vom Schrein eben. Was ist das? Irgendwie fehlt ein bisschen was. Was ist jetzt los? Was ist das für eine? Oh, wer steht hier im Weg? Oh, das ist Revi. Wie schlecht, oh Gott. Ton aus. Rass noch. Welche Taste ist nochmal? F10. F10 ist Ton aus? Einfach so? Ja. Bei mir geht der Ton nicht aus bei F10. Wie viel KD hast du ein Call of Duty? 3, 6. 3, 6. Bei mir geht der Ton nicht aus. Was ist Ton aus? F10? Spielst du auf PC? Mit Controller? Hallo? Oh mein Gott, ich spiele auf der Playstation. Du bist so doof. Oh mein Gott. Ich habe so doll F10 gespailed. Was haben auch immer alle gesagt? F10. Das ist so bad. Ist auch in der Situation kein Zuschauer aufgefallen. Alle wussten, dass ich gar nicht mit PC spiele. Ja, das muss auch von Hanky sagen, dass es schlecht ist. Ja. Ich habe extrem viele Frauen auf. Alter, was ist jetzt? Wow, 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 wow. Wir haben schon mal auf dem React reacted. Jetzt, okay, das wusste ich nicht, das hat mir keiner vorher gesagt. Mehr von mir. Mehr von mir. Das ist so psychisch. Das ist so krass. Kai ist echt krass. Kai hat mir voll vergessen. Ich schick es erst auf den zweiten. Dass der Typ einfach komplett durch ist. Okay, okay. Pass auf, bist du ready? I'm ready. Ready. Ups, nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal. Hä, warte mal. Was habe ich denn da probiert? Das ist viel zu lange her. Das ist das, das ist die Scheiße. Wow. Wow. Nein, Morten. Ja, Morten, das ist fake. Mann, Mann. Das war ja, das ist, das geht nicht auf meine Kappe. Das ist nicht mein, das ist, das ist kein Los von mir. Das ist von Morten. Das Bild soll heißen, Rumatra liebt roten Bogen. Roten Bogen. Wahnsinn. Geil, oder? Morten-Legende direkt. Das war's, Morten. Also, Morten, das war's für dich. Das wird sich bis zu ihr Lebensende verfolgen. Ruhig, Bäume, Bäume, Bäume. Junge. Das war ein bisschen beschissen geflogen, wenn ich ehrlich bin. Was ist jetzt? Wir haben keinen Flick mehr noch. Wir haben keinen Flick mehr. Wir haben keinen Flick mehr. Ich bin sauer, wenn ich das sehe. Einfach nur sauer. Die Alien-Skins. Oh, der andere, der andere. Hol ihn dir. Der ist lost. Ich bin auf die Lost da. Oh, ja. Hey, ist doch der Cup win. Du hast so kein Glück. Nein, ich meine nicht. Ich kann keine Kurven fahren. Wichser. Wichser. Hey, Max, Max, hörst du mich? Hey, ja, ich hör dich. Was ist denn? Wart drauf. Reapers, ihr könnt meinen Stream gucken. Ihr müsst raten, wer ich bin, ja? Der Strudel, du darfst mir das raten, okay? Der Strubbel? Ja. Dein Stream lag bei mir. Was ist das? Chef Strubbel? Aufwand? Du bist es geworden. Was? 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 Das ist die kleinste. Was? Was? Das stimmt aber auch. Stimmt. Was? Das ist der Strubbel. Das ist der Strubbel. Das ist die kleinste Facecam aller Zeiten. Guck mal, wie klein. Wahnsinn. Bist du bescheuert, Alter? Was soll das? Das Tempolimit ist immer noch eingestellt. Scheiße. Shift B habe ich doch gedrückt gehabt. Race Start into Tempolimit. Das war der wackste Race Start aller Zeiten. Habt ihr das gesehen? Mit Reifen durchdrehen. Hoffentlich verkacke ich das. Ich verkacke das manchmal. Ich habe nach 80 mit mir. Alle haben gesagt, mach Push-to-Talk. Habe ich jetzt. Aber manchmal vergesse ich das zu drücken und rede trotzdem. Um genau zu sein, passiert das jedes zweite Mal. Also, Push-to-Talk. Das war auch dieses Jahr. All I need is to learn tonight. Sancho! 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 Ey! So war das ein bisschen Glück gestern. So war das gestern. Oh, Digga. Jetzt aber. Jetzt. Der erste. Dich stört er sich vielleicht vor uns, ne? Nee, komm. Hau raus. Ich hoffe, der milft nicht, Digga. Oh. Digga. Ich werde jetzt nicht zu tief einatmen, Digga. Ich stehe hier jetzt am besten erstmal. Löwe! 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 Ich hätte gern... Romantrausch und Schwule reden auch beide so geil einfach. Die reden so geil. Ich hätte gern mehr Bart. Echt? Ja. Aber ich hatte mit 24 null Bart. Stimmt, bei dir ist alles gekommen im Lockdown. Und jetzt. Äh. Ist übel. Wie alt bist du jetzt, Sascha? 26. Oh. Kommt ja keiner mehr. Es war so ehrlich. Das ist die Grenze. Das war's. Das war's. Das ist einfach ein geiler Typ. Selbstrum ist echt geil einfach. Ach. Ich bin so mad. Jörg, das ist los. Wer ist denn... Wer ist denn mad? Wir versuchen ihn... Wir versuchen ihn die ganze Zeit zu trash honken, damit er mad wird. Und er versucht es sich die ganze Zeit nicht anmelden zu lassen. Und dann sagt er... Ich bin so mad. Das sagt auch keiner. Das sagt auch keiner. Mad und sagt, dass er mad ist. Alter, Russ war auch geil. Hallo. Hallo. Ähm. Die Straße runter hat grad nen Holzshop aufgemacht. 1000 Holz für nur 4 Scrap. Das ist dreifach so günstig wie beim Banditen. Ich liebe die Banditen. Oh Gott. Oh, stimmt. Und so steht er das jetzt. Aber nicht nüchtern. Stinksauer bin ich auf die... Das hat keiner gekauft. Das hat Rust zerstört. Ich hab das so günstig gemacht. Ich hab das so günstig angeboten. Das hat keiner gekauft. 20 Minuten und kommentiert die Lage. Find ich geil. Das ist doch geil. Mach auf jeden Fall weiter so. Danke, Mann. Bleib so wie du bist. Danke, du auch. Einfach ein Arm und einfach Streaming Rucksack, Action Cam, HDMI Kabel, Aufladegerät, Powerbank, Chat in der anderen Hand und das obwohl das alles hier gebrochen ist. Das ist einfach der Modus gewesen. Du auch. Ich geh auch. Also dann. Jo, dann sehen wir uns. Alles klar, ja. Tschüss. Tschüss. Jo. Max spielt mit Zuschauern. Der Zuschauer bekommt pro Tor Geld. Hä? Wo ist Jochen? Jochen! Jochen, lass mich doch nicht an... Eine der geilsten Szenen, kannst du nicht ausdenken. Kleine! Jochen? Hä? Jochen ist bei den Gegnern? Jochen ist im Gegner-Team. Jochen ist im Gegner-Team! Wie kann das sein? Ey Jochen, kein Problem. Spiel geht weiter. Spiel geht weiter. Gleiche Regeln. Es zählen die Tore, die ich schieße. Steht da 8-0, kriegst du 400. Weißt du, also... Jochen! Jochen! Der wurde auch in den Kommentaren am meisten abgefeiert. Ja! 50 Euro. Alter! Die sind Elite-Division. Jochen! Torwart kommt da raus. Smart! Oh, der stellt den Verteidiger rein! Nee! Das ist Jochen! 2-0! Das war einfach... Ich denk mir so smart von den Gegnern. Die stellen den Verteidiger ans Tor. Und dann ist es wieder Jochen. Jetzt ist Jochen. Vor allem Jochen. Der Assi drückt einfach Dreieck, dass der Torwart rauskommt. Zurückgepasst. Der ist das am Tor. Jochen! Und es ist das 3-0! 150 Euro! Die Gegner wechseln zu langsam. Und sie quitten. Sie quitten. Jochen. Hervorragend gespielt. Elite-Division. 150 Euro. Für dich! Und was mach ich jetzt? Was denn? Das fällt! Das wird fallen! Zurückschieben kann er nicht! Das fällt! Das fällt überhaupt nicht auf! 11 Minuten auf Slow-Mo! Kein Assi sagt was. Kein... Ich bin so sauer immer noch. Alter, hat's zerschallert! Alter! Boah! Ich wollte doch die Helbe verteilen! Ah, da ist er schon! Super Mario Party! Croc Game für... Für's zu spielen... Hey! Wer ist da? Ich bin's! Maxi! Moin! Nicht geschafft! Social Distancing! Lockdown! Quarantäne! Nein! Das ist voll Schiff-Strobel-Ding! Ich will auch nicht so, dass... dass der andere Typ mir halt irgendwie so auf die... Mach jetzt! Gib den High-Five! Los! Auf die Pelle rückt! Gib den Küsschen los! Das ist irgendwie komisch! Nein, das machen wir nicht! Wir gehen wieder! Magst du Pizza-Ananas? Nee! Aber warte! Ich glaub... Schon! Du bist sauer, Deckmann! Wir brauchen dich zur Not ein! Mach irgendwas! War ganz frisch! Deswegen kam das andersrum! Das war alles 2021! Das war ein brutales Jahr! Nee, weil... Ich mochte Pizza-Ananas immer sehr lange nicht! Dann hatte ich ne gute Pizza-Ananas gegessen! Probiert! Ein Stück von meiner Freundin! Dann fand ich's... Fand ich's okay! Tatsächlich! Ich fand's einfach okay! Also... Ja! Fuck, fuck! Überleb, 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 überleb! Irgendwie überleben! Digga! Ich fall in eine halbe Stunde! Ja, ja! Pass, pass! Ich hab den Teil schon getet! Geh nach oben irgendwie! Oh... Guten Morgen hier von Greece, mate! Ich bin hier mit der Bridge-Lots hier! Hey! Kannst du etwas mehr sagen? Moin! Alright! Okay, cool, mate! Danke! Öffnest du Steam? Hast du? Ja klar hab ich das! Wenn ich grad trinke! Wow! Steam! Hab ich geöffnet, ja! Dann stellst du dich auf unsichtbar! Was? Wo? Unsichtbar? Ja! Und wenn ich... Und wenn ich unsichtbar... Dann muss ich das bestätigen einmal, ne? Ich glaube nicht! Einfach einmal anwenden drücken! Ja! Ich drück einmal anwenden, und... Hat's geklappt? Kannst du mich jetzt noch bei Steam sehen? Nee, ich glaube nicht! Siehst du mich denn bei Steam? Ich seh dich auch nicht mehr! Dann hat's geklappt! Das heißt, und jetzt gehst du auf diese... Jetzt können wir nicht mehr geddosed werden! So, nee, jetzt gehst du auf die Seite, die da steht, die du aufrufen sollst! Nicht vorlesen! Was? Cool! Gewohnn... Oh, kaç Platz pro orthcondition! S такого ... Dich muss... Wie fast! Aber also habe ich als das eine Bezahl? PSL3! Spiel cos 3! PSL3! Oh! Super 5... Junge, da steht der denn einen Toh workout vermöbelt! Holy Shit! wie geil die mucke auch ist ich fand das sehr laut warte mal von dort aus an geht man halt in die fuckboy frisur chill ertau mir jetzt du kennst mich so lange muss man jetzt einfach nur vertrauen was sick so sieht meine hache aus wenn ich sie abgetrocknet hab sind sie ein schlagstock von herrn sancho ich habe augenschmerzen augenschmerzen haben sie okay das wusste ich auch nicht war für mich logisch dass wenn ich am autosteer und schlagen drücke das autoschlage herr hort mann essen wird kalt max und du bestimmt ja scheiß auf dein essen ist in fortnite mann ich bin auch schon wieder sauer aber immer ist es romatra weißt du er hat den ganzen tag zeit und er muss immer 20 uhr essen bin ich schon wieder sauer ich hab mir heute ein video angeguckt wie so normale hunde spielen die waren ganz chillig was 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 hast du denn hast du vergessen sich zu einem muten chef oh sorry hat sich was geändert sag mal lang ton hast du dann aufgehört gerade habe ich aufgehört ja du hast es einfach geschafft ich weiß wie war sagt es jetzt noch mal das wird aufregen können ich bin in die ich bin in die sonst sind vorgegangen und hab die sagst du sagst du sound sound system steuerung sound system steuerung bin ich reingegangen und habe die frequenz der übertragung geändert blute ich habe zwei blutung ich habe ich habe meine blutung ok ich sage euch wieder welche spieler kommen ja ich bin mittlerweile drin ich habe schon viele plex geöffnet letztes jahr noch dieses jahr nicht einmal geschafft bis zum ende ein bisschen position team und sagt euch welcher spiel das ist ok bereit frankreich lv bayern ist herrnandes wüsste ich jetzt sogar so schlecht jetzt weiß ich es ich bin drin gab sie letztes jahr schon top leistung danke nächster wieder jetzt mache ich immer muss ich aber auch lachen den wüsste ich jetzt auch noch nicht also kentero hätte ich jetzt nicht die mannschaft karten system lernen das jetzt aber frankreich rm ist nicht frankreich 15 sekunden zeit 15 14 13 siehst du die zwölf was du siehst du den die wüsste nicht nur dumm ne da habe ich immer im kopf ne da habe ich dir mal im kopf digga 11 12 12 er dich mal mein jetzt hast du mich auf das konzept gebracht komm schon pferd komm schon pferd sauber pferd super smart pferd 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 Los! Bist du fool? The fuck? Ne, bist du nicht. Du bist nur dumm. Ja. Pokemon-Züchter? Das war die Szene einer Pokemon-Züchter. Ey, ich hab so Bock Karten wieder aufzumachen, ey. Kacke. Das wissen wir jetzt. Scheiße, ich hab ja nicht gekocht. Ich hab ja auch wieder vergessen. Hab mich gerade gefragt, ist das jetzt Rumänien, Kolumbien oder Algerien? Und dann kommt wieder Quintero. Obwohl er eben gerade kam, hätte ich ihn nicht erkannt. Scheiß auf das ganze Karteikartensystem. Das kann man sich nicht merken. Es gibt zu viele Spiele. Alter, was bin ich in Schritt? Sorry, Digga. Oh, da ist das Glurak. Sorry, Digga. Was machst du denn? Sorry, Digga, ist aus Versehen. Da waren noch nicht mal Anwendweise die Bomben. Ist einfach, Boys. Hand hoch. Was? Wir haben mit Big Spin, Sascha und Revi Scribble gespielt. I.O. Ah, okay. Was? Was? Ja, ich hab wieder reingechokt. Ja. Steht doch im Chat. Ja, Revi. Gerne, Jungs. Digga, ich bin aber auch immer so mit meinen Fingern irgendwie... Fing, du, Mann. Kannst du nicht mehr lesen. Oh, seid ihr lost. Ihr seid so lost. Wir sind lost? Ja, logisch. Ey, Max, Jungs, ey, ey. Max hat den Chat in WTF für 30 Sekunden. Scheiße, was war das denn? Scheiße. Danke für alles. Bis morgen. Wer da Seko aussieht, ist auch so lost, ne? Gesund. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Blimey. Äh, ich... Äh, ich warte darauf, dass du Tschüss sagst. Ach so. Äh... Wow. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Schönen Sonntag, schönen Montag. Mal rein. Jetzt brauchen wir schnell Hanky. Der ist raus. Das glaube ich jetzt nicht. Der hat gerade getwittert, geiler Stream. Vielen Dank. Das glaube ich jetzt nicht. Das hat er gerade getweetet, Alter. Stream 10 von 10, danke. Vor 15 Minuten. Seitdem ihr alle Full-Side-Streamer seid, geht ihr alle immer um 9 off? Hey! Abbruch, Abbruch, Abbruch! Abbruch, Abbruch, Abbruch! Mann, wer tut da was rein? 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 Klassiker? Klassiker? WTF? Oh, sorry. Hab ich geweckt? Oh, sorry. Nonstop. Und ich hab nonstop dabei Musik gehört. Und ich hab mir jeden Freitag alles angeguckt und angehört. Und jetzt kann ich aber nichts mehr machen. Hast bisher ein geiles Album gedroppt. Warum lacht ihr da so? Warum, 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 warum? Und fast mal viele Leute schreiben Onlyfans. Ist das als Gag gemeint oder wäre das wirklich so ein riesen announcement? Zeig mal kurz auf. Nein, steh mal kurz auf. Warum? Einmal aufstehen. Zeig doch bitte einmal ganz kurz. Ja. Nur ganz kurz aufstehen. Warum? Einmal kurz aufstehen. Doch. Einmal. Ganz kurz. Vertrauen mir. Vertrauen mir einfach. Was ist was? Stieg uns auf. Stieg uns auf. Okay. Erstmal sehr freshes T-Shirt. Danke. Einmal drehen. Ja. Das ist gutes Material, Digga. Also. So ne Scheiße. Du hast einfach gemustert. Ich glaub für nen Onlyfans Account wird das reichen. Nein, nein, nein. Ja, ich lass sie. Oh mein Gott. Er war so. Ach, Repulse. Es tut mir von real. Der Strobel hat den Baum noch. Hey, hört auf. Hört auf. Man kann sie noch retten. Hört auf. Man kann sie noch retten. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Der Strobel, lass sie. Der Strobel, sie ist nur verwundet. Wir können sie noch retten. Wir können sie. Die Höhlen mit meinen Augen wieder mal. Mit nem Stein. Und mit ner Axt auf ihr rum. Weil ich kann's aber nicht nachvollziehen, wie du so wenig Gameverständnis haben kannst. Oh, der Strobel. Lass ihn. Ich sag mal ehrlich. Ich sag mal ehrlich. Mir macht das üble Spaß mit dir so, dass du mir Karten gibst und dass es ne Challenge ist. Ja? Ja, guck mal. Er spielt's jetzt, Max. Er hat den Barbarrel die ganze Zeit. Du willst mir sagen. Der Strobel. Du willst mir sagen, der Typ ist... Sorry, Alter, dass nicht jeder E-Sportler sein kann. Ey, Bro, sei ehrlich. Der hat nen IQ unter 50. Er hat die ganze Zeit ins Waffe. Oh, der ist 10! Der spielt jetzt nen Barbarrel ganz am Ende, wo es gar keinen Sinn mehr macht. Der ist 10, Mann! Ich kotze, ich kotze. Hä? Der ist 10? Ja, nein, der ist nicht 10, der ist dumm. Was? Oha, Mann! So ein Grindy Handy-Game, wenn ich irgendwann ein Kind hab, der muss so doll mit mir zusammen zocken. Ey, den würd ich so farmen lassen. Die eine Milliarde Gold, die mir jetzt fehlen, sobald der 3 ist, zack, jeden Tag zwei Stunden farm. Zuerst wird das Gold gefarmt und danach darf er erst die Hausaufgaben machen. Und wenn dann das Gold nicht gefarmt hat, dann darf er auch nicht zum Training. Das ist gut. Das war auch so scheiße, ne? Die du da haust, ist so schön. Wird sehr klippt, dass mal jemand, der hier da sitzt. Das war so scheiße. Der hier da am Tisch hängt im Hacklitz. Ein paar Sekunden später... Oh, geil. Wie lange ging der zu hier nochmal? Er hat am Anfang das Geld im Auto gelassen und ich meinte so, yo, vor dem Laden hier sind ultraviele Zuschauer. Bist du safe, dass die das nicht checken? Und er so, nein, nein, die kennen das Auto nicht, die kennen das Auto nicht. Kommt er mit einem Glurack-Auto. Mann, Bro. Mit einem Glurack-Auto mit 40.000 Euro drin. Niemand wusste, dass wir... Niemand wusste, dass wir... So scheiße. Dann dachten wir, okay, Karte oder so. Also ich hab das schon ein paar Mal gesagt, ne? Wirklich? Nein, statt der Vergrab... Ja, nicht an dem Tag, aber davor. Okay, das wusste ich nicht. Ja, du? Ja, okay, dann wäre ich es nicht da gelassen. Ja, okay, perfekt, Digga. Brutal. So, jetzt wieder fest hier. Muss man richtig fest sein hier. Oh, Kamera ist... Wieso haben die hier keine Straßen? Ich bin stark, Max. Digga, ich fahr aus dem Bild raus. Erdbeben bei mir. Oh nein. Schon wieder Erdbeben in Hamburg. Was macht die Kamera? Schnell, unter die Türrahmen. Schnell, unter die Türrahmen. Ja, Madra. Ne erste Sekunde wohl auch, weil das ist immer so geil. Ich müsste mir jedes Mal irgendwie eine Batsche und ein bisschen Wasser machen oder irgendeine dumme Scheiße. Fuck, bin ich müde, Max. Ach, war auch geil, Mann. Das ist normal, was sich da erschrickt. Wenn man nicht spielt, man ist gerade im Menü, muss sich ultra konzentriert und alles durchlesen. Einmal gibt es einen dicken Blitz, alles wird hell und das Artefakt ist verschwunden. Scheiße, man darf sich nur zwei Sachen nehmen. Ich habe ihn die schlechtesten genommen, oder? Mann, ein Baum! Was ist das? Ein Baum. Ups. Da hat es mich geschüttelt. Wir können diese Transaktion derzeit nicht bearbeiten. Wähle eine andere Zahlungsmethode aus oder versuche es später erneut. Kauf. Fehlgeschlagen. Hasse ich die Meldung. Du musst niesen, sonst zählst nicht. Ne, ich muss nicht niesen. Sonst zählst nicht. Äh, was wollt ihr mir sagen? Einfach Mario-Party, wie geil, ich freu mich voll. Ich freu mich auch voll, aber ich muss dich trotzdem böse nachäffen. Martin kann man auch so leid nachäffen. Was ist denn das für eine scheiß Auflösung? Ein Baum! Ich weiß nicht, was das ist! Max? Ja, gleich eine Trinkpause. Einmal abkoppeln, Cheat-Time. Ich dachte die ganze Zeit, was passiert lustiges im Landwirtschaftssimulator. Dass es in die Clips reinkommt, aber der war ja heiser. Hab ich vergessen wieder. WTF? Hier ist ein Staubsaugroboter im Zimmer, der darf hier nicht rein! Der hat sich unter mein Kabel und unter meinem Tisch verfangen. Der redet auf einmal mit mir. Der ist unter meinem Tisch! Mann! Ey! Oh, der ist so dumm, der darf hier nicht rein. Der darf, der, oh scheiße. Scheiße, der Staubsaugroboter ist hier. Ey, wir haben nur technische Probleme auf einmal, wenn ich von Robotern angegriffen in der Weekend League. Ich muss grad mal was ganz wichtiges gucken. Mach das! Ob mein Twitch Prime Ready ist, ein Moment. Uh! Und wer kriegt den dann, Romata oder ich? Oh! Ne, bei Romata hin fest. Oh Gott! Leute, da wird hier Alarmglocken bei ihm! Hab die Romata gehört? Das müssen wir nochmal zurückgehen. Den Clip kenn ich ja gar nicht. Das ist ein Moment. Uh! Und wer kriegt den dann, Romata oder ich? Ne, bei Romata hin fest. Oh Gott! Leute, da wird hier Alarmglocken bei ihm. Oh! Twitch Prime! Aber die können wir auch gleich gleich weitermachen. Clan. Spiele können wir machen. Okay, machen wir mal die Kisten auf. Sascha ruft. Oh mein Gott, Nummer gelegt. Hals, Maul. Hals, Maul. Hallo? Alter, du hast gerade deine Nummer im Stream gelegt. Keinen Witz. Ihr dachte, das war ein Witz. Geben. Oben geben sie dann einfach ein. Ja. Können, können mich gerne mit vornamen einen speichern. Markus Adams. Markus mit K. Und dann gebe ich hier nochmal meine Nummer durch. 0, 1, 7, 2, 6, 8, 9, 3 mal die 5. Ähm, noch einmal die Nummer bitte gleich. Eine Sekunde. 0, 1, 7, 2, 6, 8, 9, 5. 0, 5, 5, 5. 0, 5, 5. Ja. Was machst du? Die Schwierigkeit war, ich hatte, alle haben gesagt, mach dein Handy, wenn du dein Handy rausholst auf F9. Aber bei F9 mute ich mich auch. Auf Teamspeak irgendwie. Das heißt, ich konnte nie reden, wenn mein Handy draußen war. Deswegen gab es diese Kommunikationsschwierigkeiten. Ich habe mein Handy. Schwierig. Haben sie einen Zettel da, wo sie sich ihn ausschreiben können? Ja, Moment. Bevor ich es mir... Ne, jetzt ist hier auch gerade kein Zettel. Ja, weil ich das ja immer halt nebenbei offen habe. Oh mein Gott, schrei nicht immer so. Das ist so. Das ist einer der allerbesten. Ich hatte sie leider schon. Goldener Ring. Oh, war das schlecht. Wahnsinnig schwach. Was? Welcher Zuschauer war das, Alter? Oh, Scheiße. Ist der echt so schwer zu fliegen? Ich muss auch mal rein kurz zu fliegen. Hast du den Lost eigentlich? Hast du dir den nicht geschränkt gemacht oder was? Ohne. Bitteschwein, Max. Achtung, Leute. Hä? Nein. Wie geht das denn? Wie fliegt man den denn? Ich hasse Games, wo das so schwer ist. Wir müssen aufpassen, was die Hulu ist. Ja, jetzt muss die kommen, oder? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schlecht. Was war's? Habt ihr das gesehen? Ich dachte, was was für eine Kackkarte dahinter kommt jetzt? Es war nichts dahinter. Wie schlecht. Bin ich normalen gerade, hä? Achso. Wie schlecht. Ich muss einen Schulterblick machen. Das klappt. Das Tor-Game ist immer ultra easy. Es ist immer zweimal hier. Ähm, nochmal hier. Es ist immer free. Dann immer ganz rechts. So. Kann ich nicht noch gewinnen? Gut. Ich finde jetzt immer nice. Aber ich habe auch oft flawless Runs gemacht. Comebacken kann, finde ich immer nice. Oh, erschreck mich doch nicht. Es ist eine V-Max. Es ist eine V-Max. Es ist eine V-Max. Ohne Witz ist da glaube ich mein cleanster Minecraft Start bisher in aller Zeiten. Ach ne, wie kann ich jetzt... Ah, hätte mir auch eine Pike machen müssen. Kann man einen Stein mit Hand abbauen? Ich glaube nicht. Nee, Stein kannst du nur mit einer Holzspitzhacke mindestens abbauen. War doch nicht mein cleanster Start. Jetzt muss er sterben. Er muss jetzt aber sterben, sonst bin ich pisst. Nein. War nicht gut. Nein, nein, nein. Es kam hier rein. Es kam hier rein. Es kam hier rein. Es kam hier rein. Den Schutz nochmal. Was? Wo sind wir denn hier? Das ist verarsche. Ich komm nicht drauf klar. Der tut mit 1 HP 2 Türme. Hilfe. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich hab's auch bei Frau Löhres getan. Sie hat geschrien. Wie ein schreiendes Baby. No, Merda. Nicht das. Nimm das. Nimm das. Ah. 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 Oh, der arme Sancho. Das ist Elektroschock. Sieht nicht so gut drin. Hier. Mmh. Oh Gott. Bitte nicht nochmal. Merda, nochmal überlebt er nicht. Schmerz. Ja. Das tut weh. Und jetzt. 100.000 Millionen Volt. Mmh. Oh Mann. Warum? Sorry, sorry. Kurze Frage. Ähm. Ja. Ja. Klassiker. Oh, oh, oh. Hälfte mal ganz kurz. Hat sie nicht noch irgendwo ein bisschen. Habs. Ich krieg nicht mal auf normale Fragen eine Antwort, wenn ich Max irgendwann frage. Ja, ey. Guck mal den letzten Verlauf an. Guck mal den letzten Verlauf mit Max an. Ich schwör nur blaue Haken. Nur blaue Haken. Ne. 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 Find mal was Abstraktes. Ich mach was. Guck, ich schwirr einmal drüber. O mein Gott. mutig mutig max hier mit gebrochenem schlüssel war langsam das gute ist aber dem auto kann man nicht geblitzt duschen, kaffee, zähneputzen, frühstücken, was ist das für die zeitverschwendung ich muss die packs öffnen sehr geil, zusammen gebastelt wieder, sehr schön ist geil, das war gut, der pokemon hype war 2021 die dicken openings, rust war 2021, arg war 2021 dann wissen wir natürlich, fifa war drin, fortnite war auch kurz drin ultra viel, übel geil, übel geil, allein dafür war es gut das war es gut, das war es gut, das war es gut